Leute, wir gehen mal kurz rein. Bevor wir jetzt in FIFA reingehen, wir müssen mal kurz auf Screws warten. Aber wir gehen zuerst rein. Oha, was, 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 was? Danke für die eine Million Abonnenten. Hat ja eine Mio voll, oder was? Glückwunsch an It's Assi TV. Äh, wo ist das eine Million Special? Ende des Monats euch ein Video. Oha. Ja, Bruder, was geht, ja? Oh, hey, Bruder. Ey, lass mal kurz eine, lass mal kurz eine Shisha bestellen, Bruder. Warte, Bruder, ja, warte, warte. Jackie Cola auf jeden Fall, Bruder. Eine Million Abonnenten. Bruder, komm, bist du schon live online, Bruder? Ich bin, äh, ich bin live. Entschuldigung, hallo? Ich bin live, ja, ich bin live, ich bin live. Warte mal, sehen die Leute hier irgendwann? Ich muss noch mal eine Sache kurz für Michi fragen. Ja, mach mal, ich gucke hier gerade noch. Ja, Michi. Ja. Ich werde jetzt auch meine Sprache bringen. Ja, nein, warum bist du so laut? Was ist da los? Bruder, stimmt mal, ja, ja, ich weiß, Bruder, ja, ja. Wo ist das? Oha, Mann, was war das? Oh, mein Gott, hörst du es nicht? Wer ist das? Wer ist das? Hallo? 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 Wer bist du? Wo ist das? Ja? Wer ist das? Also, ich weiß das. Was? Wo ist das? Was? Was? Was, was, was? Kennst du mich nicht mehr? Wer bist du? Was willst du von mir? Guck mal in die Augen, guck mal, wer bin ich? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Sag mal. Wo ist mein Geld? Lass mal, ruhig, ja, ey, dann geh mal Chai holen. Was machst du mehr auf meinen... Wo ist mein Geld, ja, Mann, ja, ja, Mann, ja. Welche Geld? Welche Geld? 50.000 Euro, 50.000 Euro. Was für 50.000 Euro? Ich hab noch keine Cent gesellen, ja, Mann, ja. Diese zwei Securities, ich hab die kaputtgeschlagen vorne an der Tür. Ich hör sie reden, ich hör sie reden, Junge. Was ist das für ein Video, Digga? Hä? Hä, was ist das für ein Video? Bist du nicht schlagen, bist du nicht schlagen, bist du nicht schlagen? Ich hör sie reden, ich hör sie reden. Jungs, das tut, weil das ist ja nicht so verschieden. Polizei kommt, Polizei kommt. Komm, ich schlage uns jetzt, komm. Komm, ich hau dich kaputt. Bruder, ich hab dir gesagt, der hat keine Eier, Bruder, der kommt nicht. Na, Bruder, der wird nicht kommen. Bruder, beruhigt dich, der kommt nicht. Komm her, wir gehen nach Hause jetzt, Bruder, Zafi, alles gut, okay? Bruder, komm her, komm her. Lass mich reden, Bruder, geh rüber, geh rüber, ich rede. Ach, du Scheiße, der kommt. Alles gut, Bruder, alles gut, Bruder, alles gut. Jo, was ist los, ich hab gesagt, ich will mein Geld haben. Bruder, Bruder, chill, er gibt dir dein Geld. Ah, du Hund, wie fest du aufstehst, was ist das mit dir, hä? Du kleiner Hund, du kleiner Hund, du kleiner Hund, komm her. Was, was, was ist das? Was gucken wir uns hier schon wieder an? Ich schmeiß dich vor diese scheiß Bahn. Du kleiner Hund, du kleiner Hund. Oh, hey, 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 hey. Ah, hilf uns, schlag ihn. Oh, und? Was machst du? Bruder, du musst auf ihn angreifen, greif ihn an. Was machst du? Lass mich. Oh, hole ihn, hole ihn. Guck ihn. Greif ihn an. Bruder, alles für mich. Kaputt, schlag ihn, dann müssen wir weiter. Es tut's. Ich bin überlegt, ich bin überlegt. Komm, hoch, hoch, hoch. Komm, hoch, hoch. Hiep. Ey, Bruder, sei mir nicht böse, aber ich glaube, diese Achterbahn, was wir hier fahren, Bruder, sie ist kaputt. Bruder, das ist nicht normal, ich vertraue mir alles. Alles gut, ich bin hier, Bruder. Tschö. Oh, nein. Bruder, Bruder, beruhig alles. Lass noch rein, lass noch rein. Chin, ich klär das, Bruder. Mich dich nicht ein, geh zur Seite, ich klär das. Wo ist mein Geld? Sag mir, wo ist mein Geld? Bruder, hör zu. Du weißt ganz genau, ich hol dir heute an, Gott. Was spielen die da? Sven, du machst weiter so. Gib mir mein Geld, Abo Asis, und ich geh dann. Okay, du willst dein Geld, komm jetzt. So, mal gucken, ob er... Was ist aus It's Asi TV geworden, Leute? Jetzt kommt Ohne Probleme, Bruder. Ah, hier, was geht? Abo Asis. Ja, was los? Was, Cousin? Ich bin nicht dein Cousin. Wo ist mein Geld? Wo ist mein Geld, Bruder? Wo ist mein Geld? Wo ist mein Geld? Was ist mit dir los? Unterlassen? Hier, unterlassen. Ja, Mann, ja, krass unterlassen. Kleiner Runde. Jetzt reichst du. Puls, was? Wen willst du f***en, hä? Wen willst du f***en? Wen willst du f***en? Sie hören auf. Hä? Sie gehen jetzt raus. Hallo? Hallo? Ah, lass mich los. So, kommen Sie her, bitte. Wohin los? Ich hab bis jetzt 20 Euro. Bro, er denkt einfach, dass es... Ach, Gang, wie ist das? Jetzt AsiTVV denkt einfach, dass es GTA-RP, Leute. Ich bleib hier. Was ist das für eine Krake? Guck mal hier, diese Kraka-Toast. Nein, das war fast nicht. Ich war fast da. Ey, ich klippe an diese Krake. Hilfe. Ich hoffe, der Limit ist rein. Hilfe. 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 Nein. Nein. Gehst du so ab, Bruder? AsiTV in seinen Pool rein. Viel Spaß. Der müsste jetzt auch noch kommen, Bruder. Wo ist der Typ? Keine Ahnung, Bruder. Der kommt safe nicht. Wie immer. Aber AsiTV! Was geht, Bruder? Komm, rüber. Bruder, wenn du Geld von mir genommen hast, bin ich dein Bruder. Schau. Komm, ich lasse runter. Komm, komm. Lass mich los. Ich steppe weiter. Halt mich. Halt mich auf. Wenn du anderen willst, komm runter. Yallah. Ich kann nicht mehr, Bruder. Er lässt mich nicht los. Meine 50.000 gehören mehr. Er lässt mich nicht los, Bruder. Bruder, ich werde loslassen. Nein, Bruder. Geh hoch. Willst du mich hören? Hallo? Ja, ich höre dich doch. Hallo, kannst du mich sehen und hören? Ich höre dich. Warum soll ich dich sehen?